Nach den vielen Leaks in den letzten Wochen ist es jetzt endlich klar, die Sims 4 Discover University wird morgen offiziell angekündigt. Heute um 17 Uhr haben die Entwickler einen interessanten Tweet geteilt, der die große Erweiterungspack-Ankündigung endlich bestätigt. Auf YouTube kann man die Trailer-Premiere bereits finden, welche am 21. Oktober um 17 Uhr stattfinden wird. Auch auf Instagram wurde ein kleines Video gezeigt, welches aber noch keine großen Einblicke gibt. Ebenfalls haben einige Simmer aus der Community eine lustige Einladung für den Trailer erhalten, die schon einmal die zwei verschiedenen Universitäten zeigt. Morgen Abend wird es natürlich direkt mal eine Trailer-Analyse geben. Freut ihr euch auch schon auf morgen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann bis zum nächsten Video!